Ich bin kein großer Redner. Ich bin ein normaler Kerl, der einen Weg zur Zivilisation offen hält. Aber ich fühle mich sehr geehrt, dass man mich zum Bürger des Jahres gewählt hat. Mr. Coxman? Ja? Es geht um Ihren Sohn. Er ist tot. Was ist passiert? Er hat sich wohl mit einem Drogendealer eingelassen. Mit Namen Viking. Wer ist Viking? Das ist einer von einem ganz anderen Schlag. Weißt du, was ein Tyrann ist? Du hast doch Herr der Fliegen gelesen. Du findest alle Antworten in diesem Buch. Ich werde diese Kerle töten. Wirklich? Wie kommst du darauf, dass du jemanden töten kannst? Ich habe darüber gelesen. In einem Krimi. Hilfe! Drei von Vikings-Steelern sind verschwunden. Speedo, Limbo, Santa, Tod. Was hat das mit diesen Spitznamen auf sich? Speedo, Viking? Das ist so ein Gangster-Ding. Hattest du einen Spitznamen? Wingman. Wingman? Ja, aus Top Gun. Er hat gesagt, du kannst beim Wingman sein. Ein Typ kann mal verschwinden. Aber drei? Jemand will meinen Tod. Meine Vermutung, es war White Bull. White Bull ist Vikings Erzfeind. Wenn White Bull Krieg will, dann soll er ihn haben. Oh, scheiße. Wir haben einen Bandenkrieg. Direkt in unserer Stadt. So was passiert in Kio nicht. Ist es gerade. Du bist weit genug gegangen. Das ist jetzt meine Welt. Das denke ich nicht. Auge um Auge. Tarn um Tarn. Ich dachte, du wärst ein Kidnapper. Nicht immer. Wenn man Tag für Tag denselben Weg fährt, ist es einfach, an den Weg zu denken, den man nicht gefahren ist. Ich habe einen guten Weg gewählt. Und bin auf ihm geblieben. Hans Coxman. Bürger des Jahres. Schön für ihn. Wir brauchen Zimmer für heute Nacht. Es tut mir leid, Sie brauchen eine Reservierung. Wie bitte? Eine Reser... Haben Sie eine Ahnung, was ich Ihnen antun kann? Auf TripAdvisor?